Es kam eine Telefonkette von der Klasse, dass eben die Schule ausfällt, aber dass eine Betreuung stattfinden würde für die, die jetzt wirklich keinen anderen finden würden für die Betreuung des Kindes. Meine Mutter ist zu Hause und das war für uns dann ein bisschen einfacher. Hatten jetzt nicht so die Probleme, die Kleine unterzubringen. Ich denke, die haben schon ihre Berechtigung dafür. Das geht ja auch um den Schulweg und dass alle Kinder sicher zur Schule kommen und Bus zu fahren. Also die werden sich da schon ihre Gedanken gemacht haben und das wird schon alles auch richtig sein. Ich finde es cool, weil da hat man halt noch mal ein bisschen Freizeit und da kann man halt noch mal so irgendwas anderes machen. Lange schlafen, das ist immer das Beste. Also ich finde das gut und ich glaube auch, dass das andere Leute in unserem Alltag gut finden. Also heute habe ich mich verabredet. Ich finde Winter eigentlich ganz gut, weil ich mag halt auch wenn es schneit und sowas.